hallo in diesem youtube kanal zeige ich euch themen rund um programmierung software alles was mit windows zu tun hat aber auch mit smartphones hardware ist alles was mir gerade so einfällt ich selber bin ich selber bin freiberuflicher programmierer erstelle software früher immer office zum beispiel access datenbank excel und dann aber auch professionelle sache wie programm mit windows forms mit wp wp microsoft macht immer wieder immer wieder schöne neue dinge die mal gut sind mal ein weniger gut ist immer wieder komplexe ganze zeit kommt immer wieder neue sache auf und dann im zweiten teil zeige ich euch auch immer hardware sache die so allgemein sind das heißt fischplatte anschließt alte sache die eigentlich normale menschen überfordern handys dateien austauschen das sind das schlimme schlimme dinge wie schließt man was an was gibt es für neue systeme und am liebsten würde ich natürlich auch smartphones laufen präsentieren habe aber dazu keine kohle immer als freiberuflicher ingenieur arbeite ich ja immer im auftrag das heißt also leute tretet an mich ran und wenn ihr frage habt dann dürfte er auch an mich ran treten und einfach sage raum und gibt es da keine lösung dafür und dann können gucken ob man eine lösung dafür arbeiten können entweder programm technisch alles möglich alles was möglich ist frage kostet ja nichts und wenn irgendwie produkte mit an mit evaluiert haben wollt dann meldet euch auch auf diesem kanal